Scream wird der es mal rausholen Stimmt Ach So Blablabla Weih nicht Obwohl der soll Ja keine Ahnung Weck du weckst Gucken Gucken wer sichs auffüllt Gehe ich den erstmal wieder? Wie gesagt wenn ich nicht genug Mann hab Dann kann ich den noch nicht darauf anlassen Nö Ja aber wenns läuft dann läufts erstmal Ja Ok dann brauche ich Eine Bahn Den brauche ich jetzt Ah ne brauche ich gar nicht Erstmal einen Schacht graben Schacht 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 Ein Blümchen Also ein Blümchenblatt Ach komm Nur weil das die Farbe nicht ist du Arsch Eins zwei Ok Ok Weiß nämlich nicht ob das Teil besser ist oder nicht Die Mana sind heiß schon da Geht Hm? Ich muss halt mal gucken wie ich hier Wie ich baue Ok Lass mal hier durchgehen Ach ja Wird schon irgendwie passen Ja Wird schon irgendwie passen Ja Oh fast durchgegangen Nice Jetzt brauchen wir hier für Kabel Stromkabel und Item 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 Tukatuu Tukatuu Hm du bist schlecht behindert Nein Das bin ich nicht Doch Tukatuu Tukatuuu Tukatuuu Man hört auch dass es von dir kommt Du Arsch Doch Tukatuu Zuuug Have we sewn Tuki Tukatuu Zunnelt Machen wir zwei in der Reihe oder machen wir vier? Können wir machen aber vier in einer Reihe oder so Fuck Oder irgendwie Das Ding fühlt sich ja voll Aber die Abgabe ist ein bisschen komisch Ich schaffte es nicht Am besten mal ein bisschen näher dran machen Zehntes ist auch eine Bienenschein jetzt Eins, zwei Du wolltest doch schon immer ein Bienenschein sein Hä? Ach dooooch Ich kenn dich Ich bin auch ein Bienenschein Ich bin ein dick Lommel du Du bist behindert Ich bin ein sexy Humo Das Ding voller Mana jetzt grad Ohohoho Das Elfen Mana-Speeder der ist voll Und der Mana-Speeder der Normale der pumpt immer rüber Immer rüber immer rüber Ja Aber so rückwärmlich nachfüllen tut das auch nicht Aber naja Säure erstmal vollfüllen in der Zeit Penis Mach ich das weiter was ich eigentlich angefangen hab Und Popo rumlecken So Schnüffern und Popo Du gestört ne Ne Doch Ich bin nur behindert Ja und gestört Beides Neee Hast du Zeugen Ja Wen Selber Keiner glaubt dir Das ist die Das da rein Hier auch rein Das auch Ist mir egal Ist mir egal Gibt's nicht nen Ender Punch noch? Weiß ich nicht ob der hier gibt's Ender Punch Ender Punch Ender Punch Jawoll Machen wir mal Okay Das ist auch nicht schlechtes der gibt's Soll ich auch einen machen? Jo Kannst du machen Einen für als Post haben? Oder einen Post Ender Punch Oder ein Ender Punch Fürs ME Fürs ME Okay Kann ich den Müll den ich nicht brauche einstecken? Ja Dann kannst du gleich Mülleimer spielen Hm Ich find das Haus schon so ganz geil Ist aber noch ein bisschen klein finde ich Wird auch noch rausrasten hier hinten Ja was für so n großes Was ich noch alles vorab Boah Du musst jetzt mal gucken Wie ich das baue Das kommt ja auch noch dazu Ejectone Vor allem Zurzeit ist das generell eigentlich nur ne Ähm Probier Ebene Was ich hier hab Also ne Test Ebene Hä Haben wir die Slotsanzahl der Backpacks wieder geändert? Ender Punch ist nicht Nein Hast du die Slotsahl der normalen Backpacks wieder geändert? Ne Okay Das eine Ding Also das Der eine Backpack ist doppelt so groß als mein kleiner Backpack Den ich momentan habe Ja Ja Du den noch Neu holen musstest Und Da haben wir das noch nicht Halte ich das noch nicht wieder so gemacht So Deswegen ist er kleiner Deswegen einfach abgewählen auf den großen Na ist egal Was ist das dafür? Und Leather Oh Leather Jetzt bin ich hier schon und baue hier einen echten Steinblock ein Pfff So Ein bisschen Erz zu produzieren Ender Punch Ender Punch Boss kommt Ja Ist auch wieder Platz drin, hast du gesehen, ne? Ein bisschen Stern rausgenommen Stoney Mahoney Malen Cobblestone könnte ich eigentlich auch nimm für da unten Mach ich mal 1, 2, 3, 4, 5 Aber ich sag nur, sie übertreiben auch schon wieder ganz schnell, oder? Nein 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 Sturmweh nicht Wie gesagt, ich muss erstmal gucken, was ich denn für Stein zum bauen, oder Holz, oder was auch immer nimm Ist ja immer das Problem Ja, was man nimmt Muss ja eben entsprechend auch gut aussehen Ah Ah F**k, falsche Steine Diese komische Burg will ich hier nicht hin bauen, die ich schon mal gemacht habe Naja, die ist auch zu groß, passt aber auch nicht zu diesem Stil her Nein Nein, die ist nicht so groß, ich kann die auch kleiner machen, sonst ist das nicht Aber Wie du schon sagst, sonst passt die hier nicht hin Ja Als Maulblaze Dafür müssten wir uns ein anderes Gebiet suchen und da dann nochmal anders bauen Ja Wache, wache, uh Ich bin hier Aber so wollen wir es können Wenn man die Ressourcen hat Ja, erstmal noch nicht Ja, wenn man die hat, hab ich gesagt Erstmal müssen erstmal sind wir kleine Bauern, okay Die mit vier Queries einfach mal übertreiben Ich glaube, die müssten sogar mit leider fertig sein Ich glaube, die müssten sogar mit leider fertig sein Ich glaube, die müssten sogar mit leider fertig sein Was sind wir? Du? Warum? Warum? Ich übertreibe nie Nein Ich habe noch nie in einem Projekt recht übertrieben Nein Da zieh mir irgendwo raus Der Steinkloss ist fertig Ich bin auch wieder leer Jupp, war klar Äh, Ende Punch Ja, kann ich gleich direkt rein Ich kann nicht richtig auf Mhm Einiges verloren Strombaucher? Ach ja, da kann ich die genau neu einfügen Ähh Oh 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 Geht der? Mhm Ist klar vielleicht Das ist so ein schaden Mhm Auf der Karte zeigt die gar nicht die Carpenter-Blöcke an Nee. Sind einfach gar nicht da. Achso, ich wollte Kabel an Ender. Ender. Enderflugs brauche ich nicht. Ich brauche Stromkabel. Wie die fetten. Die machen hier. Ah nee, das war... Glowstone, glaube ich, gekostet. Ja. Okay, 1 Stack Glowstone, 1 Stack Redstone. Ich gucke, wie viele Glowstone... Wie viele Klosteine hatten wir noch? What the fuck? Das System ist aus! Oh mein Gott, ich habe kein Elorium hier liegen. Ach du Scheiße. Äh... Hast du noch Elorium? Nee. Ich bin ernsthaft, oder? Ich habe ja alles reingepumpt. Ach du Scheiße, wir kommen jetzt nicht an System ran. Hm. Fuck, doch. Ich habe kurz danach die Kapitänsebank. Hm. Ja gut, habe ich gesagt, ne. Alter Schwede. Und die Kisten haben sich schon gefüllt. Hier, Lorium. Alter, müssen wir erstmal wieder was. In den Ofen einschmeißen. Eins ticken wir immer wieder. Bumm. Bumm. Ultraspreeder. Sprieder. Untertitelung des ZDF, 2020